Es kamen viele Vorschläge, was passieren muss, damit ein Grundeinkommen eingeführt werden muss. Einem Vorschlag muss ich entschieden widersprechen. Ich glaube nicht, dass ein Grundeinkommen von oben durch irgendeinen von uns, wenn wir die Mehrheit hätten, im Bundestag eingeführt werden kann. Sondern meines Erachtens kann so ein Grundeinkommen nur dadurch eingeführt werden, dass es eine soziale Bewegung dafür gibt, dass es mehr Leute gibt, die das Grundeinkommen denken, wie Götz Werner immer sagt. Ich lehne vieles ab, was Götz Werner sagt, aber ich glaube, da hat er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir müssen das Grundeinkommen denken, mehr Menschen müssen das Grundeinkommen verstehen. Und ich glaube, dann wird entsprechend Bewegung auch in Gang kommen, noch mehr Bewegung, als sie schon da ist. Also wir haben ja eben gerade gehört, dass die Debatte in Deutschland unglaublich breit geführt wird, was die Parteien angeht, was soziale Bewegungen angeht. Eine Veranstaltung mit so vielen Leuten zum Thema Grundeinkommen hätte es vor fünf Jahren nie und nimmer gegeben. Da hätten irgendwie zehn Leute gesessen oder 20. Also das gibt mir Hoffnung, dass es tatsächlich so eine Bewegung dahin auch gibt. Und ich glaube, dass dann auch die Politik reagieren wird darauf. Der Druck ist sowieso schon da. Die Armut steigt, die Mittelschicht schrumpft. Insofern müssen wir da die Existenzängste steigen in der Bevölkerung. Insofern muss die Politik da auch reagieren. Aber in welcher Form, das ist davon abhängig, wie dann auch Druck gemacht wird auf die Politik, damit wir drei uns zumindest mal in unseren Parteien durchsetzen mit unseren Vorschlägen, aber vielleicht auch noch eine andere große Partei, die jetzt hier nicht vertreten ist, vielleicht auch mal stärker anfängt, über das Grundeinkommen zu diskutieren, sodass man dann tatsächlich vielleicht auch politische Mehrheiten eher gewinnt, um so ein Grundeinkommen durchzusetzen. Ich glaube, was die einzelnen Schritte angeht, werden wir nicht den großen Big Bang machen können und auf einen Schlag 1000 Euro für alle einführen können, sondern wir werden schrittweise vorgehen. Da gibt es verschiedenste Varianten nach Gruppen oder erst mal mit einem Sockel-Grundeinkommen, was nur teilweise die Sozialleistungen ersetzt von 500 Euro. Das ist der Vorschlag, den wir bei den Grünen gemacht haben, um auch Leuten, die jetzt noch Angst haben vor dem Grundeinkommen, die Angst davor haben, das geht doch gar nicht, denken, oder wer arbeitet da noch, die ganzen Punkte, die wir heute gehabt haben, wo hier die meisten überzeugt waren, dass das keine Probleme sind, aber ich glaube, dass das für viele Leute durchaus Probleme sind. Um diese Ängste auch abzubauen, wird man schrittweise vorgehen müssen, aber ich glaube, dass wir das tatsächlich hinkriegen könnten, in acht Jahren oder sowas tatsächlich dann auch ein existenzsicherndes Grundeinkommen zu haben. Danke. Was muss passieren? Also eines darf nicht passieren. Wir dürfen nicht die vorhandenen sozialen Errungenschaften schlechtreden und sagen, die Sozialversicherungssysteme fliegen uns sowieso um die Ohren, sondern die müssen wir gefälligst verteidigen, bis wir was Besseres haben. Das Zweite ist, wir dürfen nicht ungeduldig sein. Wolfgang hat gerade das sehr schön erklärt, wie wichtig und wie notwendig es ist, dass das Grundeinkommen verstanden wird, dass es in seinen Wirkungen und in seinen Möglichkeiten in die Köpfe geht, dass das, was Menschen in diesem Land wirklich wollen, auch tatsächlich einen Prozess hinter sich gehabt hat, indem wir miteinander eine Vorstellung von Gesellschaftlichkeit entwickelt haben und das Grundeinkommen ist dann nur ein Instrument, wo wir diese Gesellschaftlichkeit auf der materiellen Ebene absichern. Dieser Prozess dauert so lange, wie er dauert. Wenn das in acht Jahren geleistet werden kann, finde ich das klasse und bin überhaupt gar nicht dagegen. Aber ich bin ganz und gar skeptisch gegenüber jeder Art von Grundeinkommen, die unter den gegebenen Bedingungen ohne einen solchen gesellschaftlichen Prozess einfach von der Politik realisiert würde. Ein solches Grundeinkommen würde seine emanzipatorischen Möglichkeiten verfehlen. Denn Grundeinkommen ist nur so viel wert wie die Kämpfe, die darum geführt worden sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite, ganz kurz, ich würde, und es wurde gefragt nach dem Erfahrungswissen, es gibt dieses Erfahrungswissen, es gibt einen Ort auf der Welt, wo ein Grundeinkommen ausbezahlt wird. Jetzt, hier, heute, in Omitara, 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Windhoek von Namibia. Wir werden jemanden aus diesem Projekt beim Kongress hier haben im Oktober und werden das genauer diskutieren können. Wir haben es in dem von Birgit und mir mit herausgegebenen Buch, diese ganze Diskussion aus Namibia und aus Südafrika sehr ausführlich dargestellt. Unserer Meinung nach wäre es ein richtiger Schritt, tatsächlich im Süden bei den Ärmsten mit einem Grundeinkommen anzufangen, das zumindest dafür ausreicht, so ist es dort angelegt, ähnliche Projekte gibt es anderswo, das zumindest dafür ausreicht, diesen allergrößten Skandal der aktuellen Gesellschaft aus der Welt zu schaffen, nämlich, dass Menschen in der reichsten Welt, die es je gab, verhungern müssen. Damit könnte man morgen anfangen, das könnte man morgen finanzieren und das wäre in unseren Augen der erste Schritt. Den hätte ich auch gern vom nächsten Bundestag noch beschlossen. Was muss geschehen? Also wir brauchen drei Dinge. Erstens Aufklärung, schärfen wir unsere eigenen Urteilsfähigkeit, auch um uns zu wappnen gegen Versuche, uns in die Irre zu führen. Zum Beispiel von neoliberalen Thinktanks, die uns einreden wollen, die Sozialsysteme wären nicht finanzierbar. Dabei erfährt man auf den zweiten Blick, dass da natürlich ganz klare Interessen dahinterstehen, die einfach nicht mehr die sogenannten Arbeitgeberanteile bezahlen wollen. Also wir brauchen erstens Aufklärung. Zweitens brauchen wir, das ist schon das richtige Stichwort gefallen, Lobbyismus. Also wenn wir uns heute hier alle verpflichten, Botschafterinnen oder Botschafter fürs Grundeinkommen zu werden, und das im besten Sinne des Wortes, nämlich anderen Abgeordneten die Sprechstunden einzurennen, bei TV-Sendern anzurufen, wenn die wieder Hetze gegen angeblich faule Erwerbslose machen, und zu sagen, diesen Scheiß wollen wir nicht mehr sehen, bringt stattdessen einen ordentlichen schönen Dokumentarfilm über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, schreiben wir Leserbriefe. Und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, man kann ja Mitglied im Netzwerk Grundeinkommen werden. Wenn man, wer links ist, kann auch Mitglied in der BAG bei der Linken werden. Auch da braucht man auch jede Menge Unterstützung von Grundeinkommen. Also es gibt so, finde ich so, man kann auch mal von den anderen lernen, Lobbyismus so richtig im Sinne des Grundeinkommens deutlich zu machen, ja, da ist Rock'n'Roll drin, da geht was. Und drittens, was es braucht, ich denke, wir sollten zuversichtend Optimismus ausstrahlen. Die Kämpfe darum werden schwer sein, aber wir haben trotzdem allen Grund zuversichtlich zu sein, weil auch wenn es manchmal total schwer erscheint, die Geschichte zeigt, gesellschaftliche Umbrüche können immer wieder passieren. Also ich selber bin in der DDR groß geworden und wenn man da ein Jahr vor der Wende gesagt hätte, es verändert sich alle, ja, da hätte man gesagt, naja, du bist irre. Und ein Jahr später war auf einmal ganz viel Veränderung möglich. Und insofern denke ich, gesellschaftliche Veränderungen passieren. Wichtig ist nur, dass man, sage ich mal, auch entsprechend darauf hinwirkt und dann noch bereit ist, damit das Grundeinkommen entsprechend umgesetzt wird. Also wie gesagt, aus dieser Trias von Aufklärung, Lobbyismus und Zuversicht sind wir auf dem besten Wege, das Grundeinkommen persönlich nahe zu erleben. Ich plädiere für eine stufenweise Einführung. Man könnte es relativ schnell beginnen mit dem Kinderbürgergeld, indem man sagt, also so ein Grundeinkommen für Kinder. Man könnte es dann machen, das ist ja auch diskutiert worden, Alternative zu Hartz IV und natürlich ganz wichtig für die Rentner, Grundrente und Zusatzrente. Grundrente für alle, Zusatzrente entsprechend Lebensarbeitszeit und Verdienst. Ein Punkt, der angesprochen wurde, Schwarzarbeit. Auch wenn das jetzt nicht die Frage ist, muss ich es mit beantworten. Schwarzarbeit wird am meisten bekämpft und durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wie des solidarischen Bürgergeldes hat der Professor Schneider aus Linz so festgestellt, von allen Maßnahmen, die möglich sind, um Schwarzarbeit zu bekämpfen, ist Grundeinkommen die effektivste. Das ist wichtig, weil uns immer wieder vorgeworfen wird, Grundeinkommen sei ein Punkt, der zu Schwarzarbeit führen würde. Deshalb wollte ich das hier einfach noch gesagt haben. Wie kann man erreichen, das Grundeinkommen eine größere Akzeptanz findet, umgesetzt wird, indem viele Veranstaltungen gemacht werden, indem man versucht, Leute zu überzeugen, indem man auch versucht, vielleicht von Feindbildern und Worthülsen Abschied zu nehmen, einzusehen, dass es ein lagerübergreifendes Projekt ist, wo man über viele Themen trefflich streiten kann, aber wo es wirklich darum geht, dieses Neudenken zu akzeptieren, und ich glaube, es ist heute Abend deutlich geworden, dass es nicht darum geht, über Varianten zum jetzigen Sozialstaat zu diskutieren, sondern dass es um eine Alternative geht, der man zutraut, dass sie wirklich zukunftssicher garantiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir Spaß gemacht. Sie haben es vielleicht bemerkt.